ähm so mäßiges Warenhaus das ist schon mal drei was kann ich für euch tun du kannst dein Gesicht verdecken ist zu hässlich seht euch nur um billigere Preise findet ihr in ganz tamri-ell nicht das ist auf Berührung das ganz ehrlich lass uns ein bisschen den kaufen wir doch hier kurz ein Zauber ein Bada Bams Bada Bams Bada Bams haha ich hoffe ich kann ja selbstverständlich Hormelnotte da geht er niemals ein macht mir ein besseres an impf ähm Tore von Arterios Hä das ist wirklich das einzigste was ich dazu sagen kann da Ups wie sieht denn unser Beschwerungskill gerade so aus mhm 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 tse äh ne jetzt mal mit dem albern genug rumgealbert gehen wir zum schlechten Omen ich glaube wir gehen mal zu Fuß können wir nebenbei den Zauber üben mhm hört sich an als würde hier in der Nähe nur blieb ein Türchen aufgemacht haben aber warum ist der Himmel nicht mehr rot ich nehme alles zurück ich fühle mich wie ein Idiot mhm mhm durch stetiges üben habt ihr weitere kreaturen entdeckt die ihr von den ebenen Oblivens herbeirufen könnt ihr seid jetzt Lehrling der Beschwörungsmagie und könnt Beschwörungszauber der Lehrlingsstufe wirken wir können jetzt wieder zu Edgar gehen hier gibt es nämlich eine schöne Quest Gerüchte dein Pilze wachsen in Höhlen falsche Person könnt ihr mir helfen meine verschollenen Riesenkartoffeln zu finden für das Kätz mit dem Zöpfchen doch immer bitte helft mir sie zu finden wenn ich sie nicht für die nächste Portion meines berühmten Kartoffelbrots habe dann weiß ich nicht was ich tun soll jetzt die Brotmöchte wie dumm von mir sie ganz alleine da draußen zu lassen dabei wollte ich ihnen doch nur etwas Sonne gönnen und plötzlich waren sie weg ich sah jemanden nach Westen davonlaufen aber ich bin zu ängstlich um mich alleine in die Wälder aufzumachen bitte könnt ihr mir helfen ich zahle euch gut das schwöre ich wenn nicht dann verkaufen wir dann Fell als Feld als 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 Tasche genau ich könnte ja jetzt schon sagen was das für Kreativ wo die Kartoffeln sind aber ich tue es nicht weil wir es innerhalb Sekunden jetzt selber sehen da steht das wieder schon ah für Alchemie vor Sparta boah das ist ein richtiger Ogre glaube ich kein abgeschwächten Quest Ogre ja wieviel Schaden macht eigentlich unser schöner Fireball deswegen gehen Magie auf Distanz Scheiße 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 Sching ja das ist ja weg hab ich gehofft ja ich bin draußen in der Wildnis auf den Ogre gestoßen dieser scheint Sierras Dieb zu sein da er ihre riesen Kartoffel bei sich hatte er hat die da drauf geschrieben Made by Sierras ja oder wie die heißt ja wahrscheinlich haben wir das daran erkennt dass es voll gesabbert war mit Katzenspeichel oder Katzenhaaren rumhängen äh wir sind zu blöd um durch ne Tür zu kommen je wir haben schon mit einer anderen gesprochen wir sind beste Freude wir sind so stück und dünn gegangen ihr habt sie ihr habt sie ich kann spüren dass ihr sie habt ähm nein die ist die sprachlos vor Begeisterung ich wünsche euch gute Reise ich glaub das ist ne Wache oder wie schön euch zu sehen ja ja stimmt willgert man zum Wegschrein von Zenita und hat man im Sinne der Neun gelebt wiedersehen Hals Maul ich mag die nie Freien oder Annexion oder Annexion was ist Annexion was ist Annexion ich könnte es mal googeln aber ich will euch googeln lassen nicht mich ein Kobold ein Kobold fuck you bitch kame kame ha ja danke wir bräuchten mal ein Zauberreflexions Zauber ihr wisst schon das ist her erinnert mich an Tevi Die Freundin von Reisen. Wie hieß denn nicht irgendwas mit Kampfmagier? Ah, das war... Ja, es gibt mehrere Quests mit Kampfmagier. Ich weiß jetzt, wie es mit dieser aussah. Da kommt jemand. Fuck.